Der Kiegel ist abgeschraubt, der kann ja hier hinten gucken. Kann er fahren. So, hier ist alles breit. Und der Silberado von Schmarr Landtechnik, Glasvertretung, in Woltersdorf. Lass mich starten. Der Grenzwang zeigt jetzt die Geschwindigkeit an. Ja, doch nicht. Ist das umgestellt? Genau. Die Meter fahren. Das ist doch schon voll. Und so weiter. Kraftstoff und Kraftstoff. Bravo, Carsten. Hallo. Ja, meine Rucke wurde langsam am Start für einen Sportträger. Das haben wir schon ganz anders gesehen. Ja, halt mal an. Oh, nein, ja. Oh, nein. Oh, nein. Hö, ich paragraphs. Verluchte Federchen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020